da hinten brauchst few blocks habe ich ein paar aber so wird das nichts ich denke ich mache das jetzt keine ahnung wie ich das jetzt mache also wir haben jetzt ein bisschen mehr stahl also ich könnte eigentlich die kisten da automatisieren aber wir haben bei weitem nicht die roboten das automatisieren ja brauche nichts zu tun haben okay ich hab nichts gesagt aber der robot war viel zu teuer so nicht gib mir bitte rote chips jetzt roboter der robot war teuer wir könnten ihn uns leisten das heißt wir würden dann ein robot noch hier irgendwo hinsetzen ein roboter unten würden sie durchgehen hin und her fliegen die roboter batterien sind da noch wollte ich nicht von unten batterien holen konnte ich gar nicht weil sie ja erst noch das eis und das koffer braucht aber du kriegst mal ein paar von ein paar kriegst man ein paar von mir so so blaue tränke sollten sich jetzt eigentlich staunen wenn die jedem schon zehn drin war wo willst du hände hier noch was so dass noch nicht zehn drin gewesen das heißt wir haben noch gar keine 100 blauen tränke geschweige denn 200 aber es sollte hinkommen forschung erforscht bitte weil es wichtig ist also wirklich wichtig das hier dann schnappe ich mir auch noch ein paar grüne was ist hier los ist kein blauen aber warum haben wir keine gelben arme haben keine gelben arme und keine eisen habe ich habe doch jetzt schon extra die stahlproduktion ausgemacht die eine brauchen definitiv mehr okay jungs das wollte es eigentlich nicht machen aber es ist wichtig ich habe keine schmelzöfen mehr okay dann kipp dich mal wieder so rum kipp dich mal weg und nämlich mit ich hoffe mal ein stahltyp reicht so du kommst dann hier an du bekommst den führblock kommst närmchen go das ist nicht gut was ich hier gerade sehe wir brauchen halbär haben wir haben wir halbärmchen so du hör mal auf zu arbeiten wer machte noch ohne ruhe nur du ne ja ok halbärmchen da so legt das da rein genau genau sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut ja das wird jetzt nicht so viel bringen aber gucken wir mal in und für müssen wirklich noch einen drill hier hinsetzen habe ich noch meinen drills irgendwo in der kiste liegen die sind auch tierisch teuer ja die brauchen ganz viel eisen nicht muster und so mit tierisch viel kupfer kein eisen hast du hast schon großen puffer du hattest auch mal großen puffer ja ich glaube wir können aufhören kupfer abzubauen nicht wirklich aber so halb kommt die einigermaßen daher ja die sind gleich leer es war auch einmal 200 ja ja gut hier dritte davon zu bauen lohnt nicht wir sollten erstmal sicherstellen dass die sache hier alle wieder am laufen sind keine eisenzahnräder die eisenzahnräder das machen zwar die roboter aber ich kann mir irgendwie nicht helfen wo die roboter mal entlasten obwohl sie gerade eh nichts zu tun haben was komisch ist aber ja sobald der robot da ist und den könnte ich schon mal anschmeißen haben sie definitiv was zu tun kann ja mal spaßeshalber die erste kiste hier hinten schon umstellen ach so genau dich umstellen die steine haben genau die roten kisten unten hier kommen überall blaue kisten die wir auch mal bauen sollten wo kommt der robot hin das ist eine gute frage ich würde sagen er muss den anschluss haben also brauchen wir schon mal mehrere davon ich hätte ganz gerne auch eigentlich ist muster aber das sehe ich so nicht kommen also ich kann sagen dann mehr reinschmeißen also den see oder wenn die pumpen nicht funktionieren nee das klappt so nicht jetzt mal dahin auf der anderen seite kommt da auch noch einer hin den wir uns gar nicht leisten können nicht auf stahl haben sollte ich ändern können was macht ihr da ihr holt gerade steine ab ja damit kann ich die jetzt alle beschäftigen das ist eigentlich nicht so gut wo wird stein angefordert ach so hier ja fordermal transportiert ihr ja echt einer schritte das ist ja es ist so wichtig dass wir es erforschen ja na gut lassen wir erstmal so ich hoffe das stört die anderen sachen hier nicht allzu sehr du bist beschränkt beschränk dich mal auf einen kriegst du noch mal eine stein zahnräder dich gehen wir mal runter auf 50 damit die möglichst schnell voll sind das war schon ein stein okay du das heißt hier kommt jetzt auch noch ein robot hin der sollte eigentlich bis zur mauer reichen ja wofür damit die mauern neu gesetzt werden können das stimmt aber leichen einsammeln so geht hier gar nicht mehr gucken wir später noch mehr wälder bauen nicht wirklich interessant gerade die hier könnten wir weg die nutze ich nicht mehr so viel blogs bb 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 ja ne bitte schön also dich baue ich schon mal ab und um da 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 secondary 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 ja alles secondary zack 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 liquid händler wird gebraucht ganz viele blaue kisten werden gebraucht rohre werden gebraucht händchen die die steine da reinlegen hier theoretisch noch mehr kisten aber das ersetzt sich später so du und du ihr hättet gerne immer alle 50 für blocks das wird die roboter richtig auslasten sobald unten die für blocks angeschlossen sind da wird auch das da nicht reichen auf keinen fall roboter freilassen bitte wir brauchen ein davon dafür brauchen wieder stein und eisen ratter 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 auf das ist nicht gut du ja hier im holz die nächste runde für blocks geht an euch so und du gib mir mehr davon ich brauche ganz viele mauren shift so das kann alles weg eigentlich kupfer staut sich noch und nöcher dann nimm doch mal die hier weg und setz sie beim eisen wieder hin weil ne eisen haben wir festgestellt ist doch ein dicken problematischer als kupfer also machst du machst du halbes ärmchen so elf blogs ja so go smog module ich brauche messbar also pollution cleaning module gibt ja auch smog module aber die will ich noch lange nicht haben die will ich erst haben wenn wir später die königin ranzüchten wollen quasi kupfer staut sich wir bräuchten theoretisch schnellere ärmchen wo waren die blauen ärmchen da waren die blauen ärmchen auch komm schon hier arbeite ein fast inserter ich mut ihn da hin was warum verbindest du dich nicht mit auf was sieht top aus aber gut hauptsache das ding arbeitet erstmal eigentlich bräuchte ich auch die sehr schnellen ärmchen aber die habe ich noch gar nicht allgemein habe ich bisher nicht so wirklich viele ärmchen aber das hat auch damit zu tun dass wir mit den robotern jetzt arbeiten und nicht mit den fließbändern so viel aber das fließband wird noch eine ganze weile da sein das alles zu automatisieren fehlt bei dir irgendwas nein fehlt bei dir was ja ärmchen ich check's nicht hier noch mehr davon ich glaube da sind völlig verplant gerade alle wegen dem stein hin und her getragen was weiß ich aber ich hoffe das gibt einen guten sprung also es müsste einen richtig guten sprung geben sobald das fertig ist das heißt ich mache jetzt noch eine runde runter für blocks abholen dabei sollte ich auch eisdruck bringen eigentlich neue batterien hergestellt werden können und auch neue davon stadt über ein bisschen eisen hier direkt an der quelle unter und haut es hoffentlich hin das stein zurück hier könnte ich eigentlich auch noch von hand abbauen um die roboter zu entlasten das mache ich sogar mal ganz kurz stelle es mal dahin nach hier ein so ein drill hin das ganze einfach eine kiste schmeißt du mal die kiste in einem komplett leer und schmeißt alles von hand in eine andere kiste spart ganz viel zeit sowie schaut es hier aus leicht öl füllt sich langsam das da staut sich du bekommst jetzt ja nicht alles teil davon du bekommst ja ich finde die akkulinger die kapacite aus so du bekommst den rest und 62 batterien ist okay ich hätte ja ich hätte ich hier eigentlich ganz gerne robot aber so weit runter kommen wir niemals nicht mit ein zwei schritten ein schritt wir hier der nächste schritt für da unten nee 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 das heißt der zweite robot kommt wirklich da auf die andere seite irgendwann da damit wir wirklich alle boiler besetzen können was war eigentlich mit den mk2 dingern die brauchen noch mehr eisen und noch mehr stahl und noch mehr zeug wird schnapp die eisen 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 was wird jetzt holz und noch mehr ein und da wir uns war auch ganz ja das wird alles ganz schön teuer ich denke ich werde noch mehr eisen die nur anwappen müssen aber dann haben wir sehr schnell ins noch problem und ich bin doch noch der ecogon das kann ich doch nicht bringen. Gibt mir Stahl, gibt mir das. Holz fehlt. Okay. Und ich habe vergessen, die Fuelblocks unten mitzunehmen. Mist. Du da. So. Schweineteuer. Deswegen mache ich das jetzt auch erstmal nicht. Ne, wir haben aktuell keine Stromprobleme, also mache ich es jetzt noch nicht. Okay, was mache ich stattdessen? Eigentlich ganz viele Gitme-Kisten, ne? Für die Fuelblocks. Das wird ein Horror. Lässt sich aber nicht ändern, ja. Brützel, 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 Brützel. Aber es brützeln nur vier von denen. Gut, das müssen die eigentlich auch noch erhöhen. Und währenddessen mutieren die alle und haben Big Byte. Ich bräuchte eigentlich auch noch viel mehr Radaranlagen, damit ich einen Überblick davon habe, wie es wirklich hier draußen aussieht. Bauen wir mal kurz hier was. Irgendwo an die Seite. Bauen wir mal hier hin. Gib mir Kisten. Ne, das mache ich von Hand. So, da tun wir jetzt Stein rein. Immer noch keine Fuelblocks. Mist. Also das Ding macht uns die Stormbreaks, die wir brauchen. Das heißt, ich hole mich hier den Stein ab. Zack. Ist das wenig. Ich hole mich hier unten die Fuelblocks ab und dann machen wir das Ganze da. Und die Arbeit immer noch nicht durchgehen, weil ich eigentlich Pumpjacks bauen wollte. Auch noch. Bauen wir einen Pumpjack. Das ist viel zu viel. Aber noch scheint es okay zu sein. Wir haben keine wirkliche Krise. Wir haben nur zu viel zu tun. Und ich laufe immer zickzack, weil ich alles gleichzeitig erledigen will. Was gefühlt aber immer noch effektiver ist, als eine Sache zur Zeit zu machen. Weil dann alles andere lahm liegt. Das sehen manche anders, aber... So. Du da. Tu das da rein. Das ist für mich die Spielweise, die einfach am besten funktioniert. So. Du da. Du da. Du kriegst hier Stein. Mach mir ganz viele Ziegel. Wobei, warte mal. Mach mir... Ich wollte eigentlich nur ganz schnell eine Fabrik bauen. Aber das ganz schnell ist nicht mehr bei Ditek. Genau. Rotier das erstmal durch. So. Da. Du machst mir bitte... Mau... Ja. Ne. Erstmal nicht. Bau mir das da. Leg das da in die Kiste. So. Keine Beschränkungen. Einfach alles. Alles, was ich da reinlege, wird zu Mauern gemacht. Okay. So. Wofür wollte ich jetzt noch Füllblocks haben? Äh, für dich. Und für... Genau die hier. Füllen, füllen. Füllen, 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 füllen. Gut. Eisen sieht gut aus eigentlich, aber... Naja. Es ist halt nur ein ganz langsames Fließband. Normalerweise würden wir es jetzt ersetzen durch ein schnelleres Fließband. Und die Roboter sind gleich fertig. Ja. Und dann speichere ich mal ab. Nächste Rollen sind die Roboter fertig. Also die schnelleren. Und ich hoffe, das macht dann echt einen Riesenschwung. Also bis gleich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017